Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei ScreenMac und damit herzlich willkommen zum ersten neuen Video im Jahr 2012 und damit herzlich willkommen im neuen Studio. Ein paar Verbesserungen wurden durchgeführt, die jetzt für eine etwas bessere Qualität sorgen sollen. Ich hoffe, euch sagt das auch so zu. Heute geht's bei ScreenMac um ein kleines Mac-Tool, das mit Covers zu tun hat. Also bleibt dran. ScreenMac wird hier präsentiert von SmartChecker.de Dein Smartphone-Tarifvergleich im Internet Ja, ich habe ja eben schon verraten, dass es um Covers geht. Genauso heißt das kleine kostenlose Tool für den Mac auch. Und es ist dazu da, passend für die Formate von zum Beispiel Blu-Rays, DVDs, CDs oder Games halt das passende Format für euch dann auszudrucken. Und das kann ziemlich praktisch sein. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt diese DVD einfach eine Sicherheitskopie davon erstellen und wir haben uns so eine schöne Hülle gekauft. Und Covers hilft uns jetzt dabei, genau das passende Format hierfür zu drucken. Und es findet auch, wenn man möchte, dann das passende Cover zu diesem Film, Spiel, CD oder was auch immer. Das Programm ist wirklich sehr einfach. Es kann jeder bedienen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Covers 2, ja, es ist schon die zweite Version des Programms. Das könnt ihr euch auf pathsoftware.com slash covers slash covers punkt html herunterladen. Keine Angst, der Link steht natürlich wie immer in der Beschreibung. Ja, dort könnt ihr euch das dann kostenlos runterladen. Wie ich gesagt habe, es ist ja ein kostenloses Tool, aber ihr könnt auch auf der Webseite direkt für den Entwickler spenden, falls euch danach ist. So sieht das Programm aus. Ziemlich simpel, wie ich eben ja schon gesagt habe, das kann jeder bedienen. Und hier oben können wir nach unserem Film suchen, dann können wir hier das Cover reinziehen. Wenn wir es nicht gemacht haben, ist hier nochmal eine kurze Anleitung, was man machen muss. Find and download your cover on the web, drop it here or open using the file menu and print and done. Ja, dann kann man hier unten noch sein Format einstellen, ob Blu-ray, DVD, DVD Slim, CD Front, CD Back. Oder man kann sich dann ein eigenes Format erstellen, indem man die Millimeter eingibt, aber wir wollen eine DVD. So, wir hatten jetzt den Film Inception und wenn wir jetzt hier auf Find klicken, dann sucht ihr auf allcdcovers.com. Das ist eine Plattform, wo man nach Covers suchen kann, aber ihr wisst ja, das Internet ist groß. Ihr könnt das Cover ja herholen, woher ihr auch immer wollt. Im Prinzip geht es nur darum, dass ihr am Ende auch die Bilddatei habt. So, und hier gibt es dann auch Cover, die die User dann selber erstellen, das heißt aus Bildern zusammenbasteln, weil sie das besser finden als das originale Cover. Oder sie scannen es ein. Wie auch immer, wenn ihr selber ja eine Sicherheitskopie erstellen könnt, könnt ihr es auch selber einscannen. Müsst ihr dann gucken, wo euch danach ist. Also, ich werde hier meistens fündig. Mir ist es auch nicht so wichtig, dass der Text dann auf Deutsch ist, der hinten drauf steht. Ich meine, da liest man sich sowieso nicht unbedingt öfters durch. Und Englisch kann man jetzt eigentlich auch ganz gut, denke ich. Also, ich habe mir hier dieses Custom Cover genommen, was jemand erstellt hat. Und man kann sich das Ganze dann hier runterladen, da auf Download. So, das habe ich auch gemacht. Und dann hat man das Cover, ja, heruntergeladen. Oder, beziehungsweise das Bild öffnet sich dann im Browser und man kann es sich rausziehen. Das ist ja ziemlich simpel. Also, per Drag & Drop kommt das Ganze hier rein. Und im Prinzip, wenn ich jetzt auf Print klicke, bin ich fertig. Schwieriger ist das Ganze nicht. Hier oben kann man dann noch auf Preferences gehen. Dort kann man dann noch verschiedene Plattformen aussuchen, wie zum Beispiel cdcovers.cc oder freecovers.net. Jetzt sage ich schon hier, oh. Und man kann halt fragen oder abchecken hier, ob er am Anfang über Updates abfragen soll oder nicht. Ich bin eigentlich mit allcdcovers.com ganz zufrieden. Und sonst kann man hier natürlich auch noch auf About Covers gehen oder auch noch von hier aus spenden. So, viel mehr gibt es über das Programm eigentlich nicht zu sagen. Wir wollen ja jetzt keinen CD-Front, weil da ist jetzt auch nicht das richtige Format jetzt ist. Wir wollen einfach eine DVD. Für eine Blu-Ray würde das Ganze jetzt vielleicht auch noch gerade gehen, aber DVD ist perfekt. Und wir klicken auf Print. So, das Ganze wird jetzt gedruckt und wir sehen uns gleich beim Bastelstündchen wieder. Natürlich braucht ihr einen Drucker, um das Ganze auszudrucken, aber eine ganz bestimmte Sache fehlt noch, um das hier fertigzustellen. Und zwar eine Schere. Wow. Okay. Und jetzt schneidet ihr einfach hier an den Markierungen das Cover aus. Im Prinzip könnt ihr natürlich auch einfach drumrum schneiden und dann am Ende anpassen. Aber eigentlich ist das einfacher, so ein Cover in eine DVD-Hülle zu bringen, als bei einer CD-Hülle. Aber ich weiß ja auch nicht, was ihr euch jetzt zusammendruckt. Ja, dann schneiden wir das Ganze mal aus. Ja, so kann man sich dann ganz leicht sein eigenes Cover drucken. Ich finde, die sehen gar nicht so unterschiedlich von der Qualität her aus. Allerdings war meine Druckertinte jetzt auch schon ein bisschen leer. Und ich habe das Ganze auf Normalpapier gedruckt. Man kann das Ganze dann natürlich auch auf Fotopapier drucken, auf extra Inlets für CD-Hüllen oder DVD-Hüllen. Wie auch immer, man hat da ja echt viele Möglichkeiten. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dem Alexander bedanken. Und zwar hat er mir ermöglicht, dass ich dieses Studio hier aufbauen kann. Also vielen Dank nochmal an dich. Und das war es von dieser Ausgabe von ScreenMac. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und wir sehen uns sehr bald wieder. und zwar. Schnell'rатив mit stacks. Wenn man nicht commute Lenk sehen kann, dann wir sind sehr bald wieder. Und das ist hier ein bisschen wie in 3ico Blatt. Und das ist nun sicher.